Du kennst mich ja schon. Ich bin der Laschi, nee, der Lauti Junior. Und du, ich muss der Angela Merkel aber recht geben, auch wenn ich sie nicht immer mag. Aber das Angela sagt, und das stimmt, wir brauchen mehr Beschränkungen. Denn wenn das so weiterläuft, dann kommen wir in eine Krise, die wir nie mehr bewältigen. Und es spitzt sich ja langsam zu. Ich denke mal, dass wir, so traurig das ist, einen Lockdown brauchen. Und ich denke, wenn die jetzt anfangen, sagen, für eine Woche, das bringt nichts. Das wird bestimmt kommen für 14 Tage bis 6 Wochen. Pass mal auf!